Bis zu 40 Grad am Dienstag erwartet uns wirklich der Höhepunkt dieser aktuellen Hitzewelle. Ja und wer weiß, wie viele Hitzewellen jetzt noch kommen bis zum Ende des Sommers. Aber das ist auf jeden Fall schon mal richtig krass, was wir da erleben. Und da ist natürlich Schwitzen angesagt. Das ist sehr unangenehm, sehr belastend für den Körper. Und dann gibt es noch einige Dinge zu beachten. Wir sollten, wenn wir rausgehen, ein Käppi tragen. Wir sollten auf jeden Fall genug trinken. Und vielleicht, wenn wir im Büro sitzen, ohne Klimaanlage, mit so einer Blumenspritze kann man sich ein bisschen nass machen, im Gesicht, auf den Haaren oder auch mal das T-Shirt besprühen. Und dann lässt sich zumindest mal für eine gewisse Zeit lang ganz gut aushalten. In Verbindung mit dem Ventilator bringt das natürlich noch ein bisschen mehr Abkühlung. Ja und dass wir die wirklich brauchen, das sieht man hier auf der Karte mit den ungefähren Höchsttemperaturen. Die größte Hitze hier im äußersten Westen und Südwesten mit 40, ja örtlich bis zu 41 Grad. Aber wir sehen ganz verbreitet in Deutschland Werte über 35, teilweise 38, 39 Grad. Und einigermaßen angenehm mit Werten zwischen 30 und 35 Grad ist es eigentlich nur hier im äußersten Südosten Bayerns. In den höchsten Lagen von Erzgebirge und Bayerischem Wald und auch unmittelbar im Küstenbereich sowie im äußersten Nordosten. Das Wetter ist klar. Sonnenschein von früh bis spät in ganz Deutschland. Sonst könnten wir solche Temperaturen nicht schaffen. Hier nochmal ein bisschen feiner aufgelöst, die Höchsttemperaturen. Also relativ okay ist es noch hier rund um Rügen und Usedom mit 26 Grad. Das ist doch wirklich angenehm. Ansonsten ist es unerträglich heiß, auch wenn die Hitze trocken ist. Das bedeutet natürlich, die Waldbrandgefahr ist hoch und sie wird teilweise weiter steigen. Sie verschiebt sich ein bisschen mehr in den Osten und zwar am Mittwoch. Am Donnerstag, das sieht man hier, gibt es ein kleines bisschen Entspannung in Sachen Waldbrandgefahr. Das liegt eben daran, dass im Lauf des Mittwochs etwas feuchtere Luft aus Südwesten zu uns kommt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Es bleibt aber weiter heiß. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020